Rote Rosen in der ARD, Feenliebling lässt Babybombe platzen. Eins der Traumpaare nebst der ARD-Serie Rote Rosen scheint jetzt den nächsten Hosenschritt zu wagen, eben diese Kinderplanung. Doch welche steckt echt dahinter? Dortmund, bei der Serie Rote Rosen gibt es immer neuerlich neuen Wind, im Mai steht ein großes Renaissance in der ARD-Serie an. Außerdem gibt eine große Redigieren nebst einem Feenliebling paar Menge. In einem Anruf platzt eben diese Babybombe, doch kurz danach folgt Ernüchterung. Rote Rosen in der ARD, Feenliebling lässt Babybombe platzen. Bei dem Paarmenge handelt es sich aufgrund dessen Britta, gespielt von Jelena Mitschke, und Hendrik, gespielt von Jerry Quarteng. Herbeiführung von Rote Rosen lässt schlimmstenfalls einige Zuschauerherzenhöhe schlagen. Die Hochrechnung der 3984. Darin wird deutlich, dass Hendrik einen Anruf von Britta erhält, ihm die Saison und jene ihm mitteilt, schwanger zu sein. Unwahrscheinlich ist dasjenige nicht, schließlich führt dasjenige Paarmenge seit längerem eine glückliche Vereinigung und hat in dem vergangenen Jahr geheiratet. Die Kinder Lilly, Cem und Gio durchführen eben diese Patchwork-Familie komplett. Ein gemeinsames Kind würde da wenn schon noch von guter Qualität hineinpassen, so denken vermutlich einige Fans der Serie. Rote Rosen in der ARD, das erwartet Fans nebst den neuen Folgen die 3984. Mai 2024 aufgrund dessen 14.10 Uhr in der ARD. Herbeiführung von Rote Rosen läuft an dem 17. Dabei bleibt es spannend, zu beobachten, als Hendrik auf eben diese Benachrichtigung reagiert. Fans des Paares sollten sich dann doch nicht übertrieben freuen in der Hochrechnung. Die darauf folgenden Folge wird nämlich relativ schnell aufgeklärt, dass der gezeigte Anruf überhaupt nicht originär ist. Somit ist Britta wahrscheinlich wenn schon überhaupt nicht schwanger. Doch welches hat es an diesem Punkt mit dem Anruf auf sich? Rote Rosen in der ARD, das hat es mit der Babybombe auf sich. Die Serie nähert sich dem Thema künstliche Intelligenz. Hat Hendrik Sohn Gio mit Britta ein Umfrage zu einem Thema geführt und aufgezeichnet. Dieses Material nutzte Junge scheinbar, aufgrund dessen den Anruf zu fälschen und im weiteren Fortgang seinen Vater hereinzulegen. Das fliegt nebst einem Gespräch des Paares sofort auf. Und eben diese Kinder scheinen eben diese KI noch für zusätzliche Zwecke zu nutzen, in der 3985. Herbeiführung meldet Sim sich mithilfe eines Anrufes und der Singstimme von Britta nebst der Zucht ab. Welche Konsequenzen den Kindern mithin drohen und als eben diese Serie weiter mit dem aktuellen Thema KI umgeht, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch im weiteren Fortgang klar, Britta ist nicht schwanger. Ob dasjenige Paarmenge klar ein weiteres Kind plant, wird sich hierbei noch zeigen. Fans der ARD-Show können sich an einer anderen Stellung trotzdem bereits freuen, ein sonstig Gaststar wird Rote Rosen später aufmischen.